Das Wasser ist fantastisch. Mr. Crane, ich habe letzte Woche angefangen und wollte mich vorstellen. Ich weiß, wer Sie sind. Eine echte Draufgängerin mit einer glänzenden Zukunft. Sie hatten einen schweren Start, nicht wahr? Lassen Sie niemals zu, dass Sie sich vor irgendjemandem wegen Ihrer Vergangenheit schärfen. Weil mein Leben endlich in eine Richtung läuft. Und zwar in eine gute. Meins auch. Ihr Haus ist wirklich wunderschön. Danke, Herr. Dann holen wir Ihnen mal einen Drink. Meine Frau ist sehr stolz auf Ihre Cocktails. Das ist Claire, meine neue Assistentin. Claire, das ist meine Frau. Können Sie mir sagen, was hier los ist? Heute Morgen fand eine Putzfrau Anzeichen gewalttätiger Fremdeinwirkung in Mr. Cranes Schlafzimmer. Blut, Kampfspuren. Wann haben Sie das letzte Mal von ihm gehört? Wir haben herausgefunden, dass Sie schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. Ich habe Ihre Kontoauszüge gesehen. Sie schafft seit Jahren Geld zur Seite. Hast du Scott von uns erzählt? Nein, aber irgendjemand schon. Du verhältst dich paranoid. Wir haben nichts zu verstecken. Die mutmaßliche Tatwache. Sie ist die letzte Schwachstelle. Du hast mich reingelegt. Claire, hier ist es nicht sicher für dich. Es gibt zurzeit keinen sicheren Ort für mich. Sie sind diese Reignion von wenigstens eingeben. Wir tun in Begrastung, wo wir sie nicht haben. Also wir versuchen, sie geht hier. Es ist ein Lebenssammens捷. Sie sind праздharfen.